Mit den Wi-Fi-fähigen digitalen Bilderrahmen von Kodak EasyShare können Sie besser mit Freunden und Verwandten in Verbindung bleiben und automatisch neueste Fotos empfangen, ohne Ihren Computer zu benutzen. Schauen Sie sich Videos an und nehmen Sie Verbindung zu Freunden und Verwandten auf über Fotosharing-Websites wie Kodak Gallery, Flickr und viele andere mehr. Schalten Sie einfach den Bilderrahmen ein und richten Sie Ihre Sprache ein. Eine Quick-Touch-Leiste ermöglicht Ihnen mühelose Navigation und der Rahmen scannt und erfasst automatisch alle kabellosen Netzwerke in der Nähe. Wählen Sie Ihr Heimnetzwerk aus und schon sind Sie erfolgreich verbunden. Installieren Sie jetzt die Software Kodak EasyShare Digitale Bilderrahmen-Edition. Wählen Sie mithilfe der Software die gewünschten Webmedien aus, zum Beispiel Flickr oder Inhalte vom Dropdown-Menü des Frame-Channels. Jetzt sind Sie bereit, sich Bilder, Videos und vieles mehr anzusehen. Der Wi-Fi-fähige Bilderrahmen gibt Ihnen auch Zugriff auf Bilder, Videos und Musik auf Ihrem PC. Mit der mitgelieferten digitalen Bilderrahmen-Software lassen sich Bilder einfach in den Bilderrahmen ziehen. Sobald Sie den Bilderrahmen einschalten, können Sie lokale Nachrichten, Wetterberichte und Sportmeldungen empfangen. Oder übertragen Sie weitere Inhalte von Ihren Lieblingswebsites. Mithilfe eines kostenlosen Frame-Channel-Kontos und durch RSS-Technologie und all das in fantastischer Bildqualität und patentierter Kodak Color Science Technologie für leuchtende, dynamische Farben. Hochwertiger LCD-Bildschirm von 20,3 cm mit patentierter Kodak Color Science Technologie für dynamische, leuchtende und wirklich großartige Bilder. Ein interner Speicher von 512 MB macht bis zu 4000 Bilder möglich und mit zwei Kartensteckplätzen und einer USB-Flash-Verbindung lassen sich sogar noch mehr Bilder speichern. Mit dem digitalen Bilderrahmen von Kodak haben Sie kabellosen Zugriff auf alle Ihre Bilder und per Streaming außerdem noch auf zahlreiche Website-Inhalte.